Ein Ehepaar wurde erschlagen und verstümmelt. Das war Halt. Halt, einfach Angst. Die Verletzten waren Dereck Hasem und seine Frau Nancy. Unter Tatverdacht nicht nur die Tochter des Paares, sondern auch deren Freund, ein deutscher Diplomatensohn, sein Name Jens Söhring. Die beiden waren ein schreckliches Puzzle, das zusammenfällt. Die beiden Jens und Jens und ich war obsessed mit anderen. Diese zwei zwei Lorden, der sich auf einen Räumen unterhalten. Eine Woche sagte es Elisabeth. Sie sagte, ich habe meine Eltern gezogen. Der nächste Woche sagte es Jens. Und dann sie wieder einmal switched开ke. Und so sie beide lieben, aber wer ist jetzt und warum? Ich dachte, ich täte das Richtige und habe etwas sehr Falsches getan.